Willkommen zurück bei Super Mario 3D World, ein wunderschönes Spiel mit viel Mewmews, genau, und zu wenig Wolfen, meiner Meinung nach, aber das sieht jeder wie er möchte, so, wir machen übrigens jede Folge, jemand anderes die Begrüßung, welche Überraschung, geh ruhig in das Level da unten, okay, gut. Ich weiß nicht, sollen wir, doch, du, oh, wir machen die Captain Totten, die muss nämlich du spielen, weil du das Gamepad hast, mir geht's gut, alles, warte, ich werde, das sind Katzen drin, ich will es eine Katze haben, eigentlich ein Wolf, wir müssen übrigens die Dinge aktivieren, dass es da weitergeht, gut, okay, ich glaube, das muss ich denen nicht sagen, du spielst länger Videospiele als ich. Ja, das hätte, das hat irgendwie Sinn ergeben. Ich glaube, das weiß wirklich jeder, ich glaube, das wüsste so, jemand, der noch nie mehr in seinem Leben ein Videospiel gespielt hat. Oh, ne Blume, will ich nicht. Ähm. Warte. Hast du das zum Sprung? Äh, äh, geh auf, geh auf. Verdammt, warte, geh da nicht rein. Ich hab's gesehen. Jetzt kann's rein. Schneller. Warte. Was ist zuerst drin? Meine, 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 meine. Okay. Schön, dass du erstmal die Hälfte wieder... Oh Gott, wo bin ich? Ich renste so schnell, ich krieg nicht mehr mit. Hilfe. What the fuck do I do here? Wohl du den Rest, ich warte hier. Sehr gut. Teamwork vom Feinsten. Du bist noch gestorben. Ich mag das Teamwork. Warte, 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 da ist Geld. Da ist Geld. Ich hab gedacht, ich bin der Schwabe hier. Ach halt, du bist der Student. Der ehemalige Student, der im Herzen noch Student. Geh weg. Wir müssen nicht, ich weiß genau, wo der Stern ist. Ja, hier, meiner. So, tot, tot leben, tot leben, tot leben. Stirb! Carbeck töten! Oder Magik Koopa. Wie man das auch immer nennen mag. Warum hab ich dich ja nicht aufgewogen. Stirb! Er lebt noch! Ich hab den Stern auf jeden Fall. Bist du gerade gestorben? Ja. Ich finde es gut, dass du dich so gut in diese Zusammenarbeit mit einbringst, indem du einfach stirbst. Stirb jetzt! Ich geb mir Mühe. Nicht du. Wir haben's geschafft. Ich hab die Zeit angesammelt. Sehr gut. Ein, 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 ein. Wupp! Hui! Okay, hier musst du aufpassen mit dem Aktivieren. Den letzten... Ja, genau, bleib du mal da unten stehen. Aktivier den, deaktivier den mal wieder. Jetzt bleib da stehen. Ja. Ähm. Warte. Ähm. Ja? Warte! Ähm. Ähm. Aktivier mal. Warte mal. Jawoll, T-Berg! Jetzt muss ich nur noch da hoch... Oh, fuck. Uh, ich glaube, das ist der erste Punkt für meinen Wolfsbruder. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Nein. Doch. Du warst sehr gut in diesem Level. Nein. Obwohl, du bist einmal gestorben. Ich bin zweimal gestorben. Du bist... Aber trotzdem. Ich glaube daran, dass du jetzt einen Punkt kriegst. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. 20 Punkte? Nee. Ein bisschen mehr. Eigentlich, ich würde sagen, dieser Punkt geht einfach mal ehrenhaft an Dabi, also an alle Zähler. Der Punkt geht nicht an mich. Genau. Na, du bist toll. Ah, und da ist dieses Captain Toad-Level, was du meintest. Ja, das darfst du jetzt machen. Währenddessen lehne ich mich zurück und checke Twitter. Ist das sowas wie das Captain Toad-Spiel für die... Das ist... Ja, genau. Das war der Vorgänger für diese Spiele. Ah, okay. Das hat Nintendo auf die geniale Idee gemacht, ein komplettes Spiel mit diesem Fickvie zu machen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das wirklich sagen will und ich habe es getan. So. Ich wünsche Ihnen, ich werde es einfach währenddessen total spannend kommentieren. Nein, den brauchst du nicht. So. Wir sehen nun den lieben Selino das allererste Mal. Hallo, ich bin Captain Toad. Captain Toad, der Furchtlosejäger der grünen Sterne. Er bricht zu seinem ersten Abend da ja auf. Hurra. Mach einfach weiter. Ist okay. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden und alle fünf grünen Sterne in diesem Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Bewege die Kamera dabei mit Hilfe von R, um die Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Übrigens kannst du die Kamera auch bewegen, indem du das Gamepad neigst und so. Siehst du, du kannst es so voll geil drehen und so. Macht voll fun. Uh, total special. Oh, eins noch. Captain Toad kann nicht springen. Also sei vorsichtig. Ja, weil er dahinter ist. Ich meine, wer kann bitte nicht springen? So. Ich kann Pflanzen aufheben. Das habe ich in einem Video gesehen. Ist das eine Pflanze? Nein, ist es nicht. Ach so, schade. Wir sehen ihn nur bei seinen ersten Versuchen, das Rätsel zu lösen. Wird er es schaffen oder nicht? Doch, werde ich es schaffen. Wir sind alle gespannt. Warum machen wir diese Level überhaupt? Weil sie lustig sind. Ich werde mir die Watchtame dieses Videos angucken und ich weiß, wann die bei 0 sein wird. Jetzt! Sicher, dass ich die Pflanzen nicht aufheben kann? Die sehen so mysteriös und verdächtig aus. Nein, die kannst du nicht aufheben. Hör auf, es zu versuchen. Oh, mir tut gar... Einmal mit Profis, wir arbeiten nicht. Ja, ich weiß, er mag den Spruch. Er musste ihn in seinem Leben schon viel zu oft ertragen. Ja. Spam ihn in die Kommentare! Du musst halt wieder auf die andere Seite. Weil Captain Toad ja nicht springen kann! Ach so, das ist ein Ventilator gewesen. Ich war gerade am überlegen, was das denn sein könnte. Genau da rein. Oh nein, Monster, Hilfe! Sie töten dich übrigens, wenn du... Ja. Das musst du blasen. Ja, mir geht's gut. Oh nein, ist das gefährlich. Wir haben es geschafft! Wuhu! Es müsste dieser Folge einen Daumen nach oben geben, weil Dabby dieses Spiel so unglaublich schön gespielt hat. Ich applaudiere für diese Meisterleistung. Dankeschön. Aber ich bin sicher, du wirst trotzdem den Punkt dafür kriegen, weil du die meisten Punkte gesammelt hast. Nein, das ist eigentlich auch dein Punkt. Und so, keine Ahnung. So! Ja, wenn du allein spielst, ist okay. Geh weg. Er spielt nicht alleine, er hat mich. Einen Freund. Genau. So, hier rein jetzt. Genau. Oder willst du erst in den Fragzeugen? Nein, wir gehen da jetzt rein. Okay. Sesam, öffne dich! Bum! Ich finde, ich sollte Soundeffekte-Macher werden. Wertes. Hm? Wertes. Okay. Nehme deinen Traum. Ich schreibe morgen eine Bewerbung. Gut. An Nintendo. Hallo Nintendo, ich möchte Soundeffekte für dich machen. Danke, tschüss. Mit freundlichen Grüßen, ich. Ich habe YouTube-Videos gemacht. Ich bin mal gespannt, wie viel sie von diesem Projekt claimen werden. Mal gucken, wie leise ich das Spiel wieder mache. In letzter Zeit claimen sie weniger. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird, wenn das hier rauskommt. Da ist nichts mehr drin. Ich habe nichts drin. Wird auch eine Katze. Wurf. Dann hol dir deine Katze. Miau. Wurf. Hallo. Wurf. Wurf. Moment. Ich muss das mal eben schräg. Ah, danke. Bitteschön. Wir müssen da hoch. Genau, jetzt kann ich nämlich die Katze. Oh mein Gott. Ich mache einfach das ganze Level anders. Das ist die Macht der Katze. Jetzt stellen wir vor, dass ein Wolf alles anstellen würde. Moment, ich will in den Blöcken gucken, was da das ist. Stepp, 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 stepp. Moment, ich habe eine Idee. Lasst die Gumbas hierher laufen. Sie werden dann von dem Fußball berollt. Ah. Das hat... Hey. Ich brauche eine Blume. Sterb, 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 sterb. Okay, das ist ein Stempel, äh, Stern. Tschüss. Tschüss, Peach. Tschüss, Bruder, Schwester, was auch. Aua. Wo bin ich? Dankeschön, wegen dir bin ich mitgefallen. Ich wollte eigentlich einen Weitsprung machen, aber Luigi dachte sich, nö, ich mache jetzt mal einen Dingsbums, dass er stirbt. Full grossy. Voll die gute Idee von dir, Luigi, einfach zu sterben. Patrick, möchtest du vielleicht ein Essen anzernen? Wow. Sehr gut. Wow. Du kannst doch was mit Minus nehmen, das weißt du, ne? Ja, aber ich brauche nichts. Das ist was für Weiche, ja. Moment, ich muss mich eben am Kopf... Kratzen. Ich muss mich eben am Kopf kratzen und dabei das komplette Mikroverstärkung. Was? Ich habe... Aaaaaaah! Ich hatte mich verguckt. Ich dachte, das wäre nur zwei. Das hätte ich vom Sprung technisch geschafft. Ach so, diese Gumbas. Du kannst nicht bis vier zählen. Nee, so vier hat... Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber ihr habt das gesehen. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber ihr habt das gesehen. Was ist da hinten? Nichts, komm her. Ich sehe nichts. Wo? Kamera, please. Okay, jetzt nochmal ein bisschen professioneller. Stirb, 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 stirb. Hauptsache, eher krank. Stehen. Wo bin ich? Wo bin ich? Was ist das? Schon wieder... Das Spiel verwirrt. Oh mein Gott. He! He! Wandzerstörung! Da kann man schon durch. Da ist eine Uhrzeit. Da, 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 da. Erste. Hallo, Bowser! Ich meine, wer könnte da denn nur kumen? Ich weiß es nicht. Oh, das war geraten. Ich hab halt wieder... Woher hat Bowser das Geld? Ich hab halt wieder Wolfselhusten. Weißt, wie Würfelhusten... Ja, ich kann es mir vorstellen. Wenn man einen Panzer erklären muss, tut es ein bisschen weh. Bowser, entführe mich! Entführe mich! Ich bin heifersüchtig! Auf wen? Auf die Fäden? Warte, ich schmeiß... Hier, nimm sie! Nimm sie jetzt! Ich will sie nicht mehr! Nimm sie endlich! Ähm, darf ich bitte wieder weg von hier? Danke. Das bringt nichts. Ach doch, das bringt was. Vorsicht, er spuckt! Er spuckt auf dich! Ist mir egal. Leckt das eigentlich gerade, weil du ihn triffst, ne? Ja, ja. Oder? Ja. Ja, sonst... Nimm das und das! Nimm mein Feuer! Mein Feuer der Liebe! Es brennt! Jetzt nicht mehr. Jetzt siehst du, dass es genau in dem Moment ausgeht, wo du sagst, es brennt. Das hat Bowser alles geplant. Hör doch mal auf zu kotzen. Mann! Wieso hat er es auf mich abgesehen? Das ergibt keinen Sinn. Er wird gleich, ähm... zu Grabe fallen mit seinem Auto. Bin froh, dass er vorher nicht vor mir auf der Autobahn gefahren ist. Schade. Könntest du mal sterben? Da wäre ich total für. Ich meine, ich mag... Ich bin eigentlich normalerweise schon ein Echsen-Fan. Drachen sind ja, glaube ich, auch Echsen. Aber... Aktuell nervst du mich ein bisschen, Bowser. Ach, nur so ein ganz kleines Bieschen. Jetzt stell dir... Geh da hoch, Gey da hoch, Luigi. Renn vor. War's das der Letzte? Wie weit wäre das jetzt noch gegangen? Ähm, so lang, bis er stirbt. Oder bis wir sterben. Das ist unendlich. Achso. Hier. Glaub, das hat ihm ein bisschen weh getan. Sorry! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Ich hätte gerne Pokémon zu verweisen. Obwohl der alte Anime ist, ja gut. Das ist ein Geheimnis. Was? Warum? Es hat geklappt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Guck mal, da ist ein Geheimnis. Ich möchte nochmal eben sagen, Peach kann schweben. In der Luft schweben. Schrei. Einer der OP-sten Fähigkeiten in Mario. Just, just saying, Bro. Äh, Anniki. Just, just saying. Ja. Aber, vielleicht... Ich sag einfach nicht. Ja. Juhu. Ich hab einen grünen Hammer. Ich hab einen grünen Daumen. Sieht mich an, ich pflanze Bäume. Eigentlich macht sie ja eine Röhre. So, fast das gleiche. In die nächste Welt. Die habe ich erst in der nächsten Folge gesehen. Ah, Cliffhanger of Doom. Ist ja nicht so, dass ein 2000 Let's Play zu diesem Spiel kursieren, wenn ihr euch das einfach angucken könnt. Ich würde dann jetzt die Folge beenden. Oh, das will ich noch aktivieren. Ja, tust du nicht. Hör auf damit. Darf ich das noch aktivieren? Nein, darf ich nicht. Okay. Äh, lasst Daumen da. Kommentar. Geht zu Dabi und Social Media. Ja, das war ein Gedicht. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Ein wunderschönes Kurzgedicht. So... Aussagekräftig und... Gut. Willst du Tschüss sagen? Tschüss. Danke.